... Wir haben hier eine große Rolle, die sich in den Köln-Geräusch von TÜRKİYE-Milli für Fenerbahçe zu spielen. Er ist nicht ein Fenerbahçe. Er ist ein Köln-Geräusch von TÜRKLÜP. Wir haben ein quietly mit der Auslösung, die wirklich gut zu vermittelt. Wir haben immer gut gewonnen. Wir haben viel zu gewonnen. Wir haben viel zu gewonnen. Wir haben immer eine gute Auslösung gemacht. Wir haben immer eine gute Auslösung gemacht. Wir haben immer die Auslösung. Das war, das war, das war, das war, das war. Oynayayımkine, kendimi burada da göstert Whizutum biraz 100% gelsin. Onun için problem değil, ben ikinci takımda hep oynadım.